Moin Leute und zwar nächste Woche, das habe ich schon wieder Moin gesagt, ich habe vorher schon ein Video hochgeladen, wo ich Moin gesagt habe und jetzt schon wieder, ich habe auf jeden Fall am Mittwoch, nächste Woche, habe ich mein Basketballspiel mit meinen Jungs und werde ich auf jeden Fall dann ein Zellvideo hochladen, wie es gewesen ist, in diesem Sinne, lass doch aufgehen.